Der Hörster im Kupferbad der Universität Tübingen war gut gefüllt. Knapp 1000 Besucher waren gekommen, um ihn zu sehen. Dennis Muckwege. Für seinen Einsatz für Mädchen und Frauen, die Opfer von sexualisierter Kriegsgewalt wurden, erhöht er 2018 den Friedensnobelpreis. Was er im Kongo erlebt hat und wie es zu seinem Engagement kam, erzählt er in einem Beispiel. Es war am 1. September 1990, dass ich in Alarmbereitschaft gesetzt wurde, dass die Leute mich gerufen haben, ich solle schnell kommen, weil sie eine Frau durch das Rote Kreuz zur Behandlung bekommen haben, die alle Zweifel einer lebensgefährlichen Verletzung aufwies, sehr stark blutete und wir dachten erst, dass es aufgrund einer Blutung, einer normalen Blutung gekommen ist, also gekommen sei. Aber dann haben wir gemerkt, dass diese Frau auf schwerste und brutal verletzt worden ist. Es muss ruhig raffen. Wir haben dann festgestellt, dass sieben Männer diese Frauen vergewaltigt haben und als sei das noch nicht genug, eine solche Untat zu begehen, haben diese Leute noch ihr Gewehr genommen, es in Italien eingeführt und zum Kunden abgedrückt. Ich war völlig außer mir und alle meine Mitarbeiterinnen und ich hatten gedacht, dass das vielleicht noch ein Einzelfall sein könnte. Wir wussten damals noch nicht, dass das der Beginn eines ewigen Traumas sein könnte. Massenvergewaltigung als billige Kriegswaffe. Häufig werden alle Frauen eines Dorfes vergewaltigt. Muckwege erzählt von bis zu 300 in einer Nacht. Das Ziel der Banden, Reichtümer sichern und Bodenschätze aneignen. Was wir dagegen tun können? Und wir fordern, ich fordere von der Regierung, von der deutschen Regierung und der EU, dass sie daran arbeitet, in den Änderungen, die durch den Klimawandel gewirkt werden. Und für die wir in Afrika sehr, sehr teuer zahlen mit einer enormen Trockenheit. Dass hier im Respekt der Würde des Menschen und der Menschenrechte dafür gearbeitet wird. Auch, dass der Abbau der Bodenschätze, die Verwertung der Bodenschätze und der Abbau der Bodenschätze in einer ethisch vertretbaren Art geschieht. Meine zweite Forderung geht an die Kirchen, ob sie katholisch sind oder evangelisch sind. Sie sind Christen und sie sollen sich an die Propheten erinnern. Und man muss den Mut haben, die Freiheit, die Wahrheit zu befreien, dass sie gehört wird von allen, von allen Organisationen, seien sie kirchlich gestaltet. Die Hauptabteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart unterstützt schon seit 1967 pastorale und soziale Projekte im Kongo. Wie diese aussehen, erklärt Domkapitular Heinz Detlef Stepps. Also wir haben im Kongo sehr viele Projekte. Wir haben pro Jahr 15 bis 20 Projekte, die wir unterstützen in der Demokratischen Republik Kongo. Und es haben ganz, ganz verschiedene Dinge, die wir dort unterstützen. Von der Bildungsarbeit über die erneuerbaren Energien bis zu pastoralen Strukturen und natürlich auch auf dem Gesundheitssektor. Für uns ist es wichtig, in ganz, ganz vielen Projekten in der Welt Frauen zu unterstützen, Frauen stark zu machen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Sektor, wo wir auch tätig sind, dass wir versuchen, Frauen auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen Kraft zu geben, ihre Rolle in der Gesellschaft anzunehmen und verantwortlich auszugestalten. Über die Rechte der Frauen im Kongo und unserer Verantwortung ihnen gegenüber spricht Dennis Mukwege heute Abend in der Stiftskirche in Stuttgart. Untertitelung des ZDF, 2020